Cousins, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute mein Bril hier zu Gast. Foxy, ich küsse dein Herz, mein Bruder. Herzlich willkommen. Ich freue mich hier zu sein. Ich hoffe es geht dir gut. Gott sei Dank, super. Ich bin sehr herzlich empfangen worden hier. Ich fühle mich gut. Bruder, du bist hier zu Hause. Mein Bruder, herzlich willkommen. Ich fühle dich wie zu Hause. Auf jeden Fall, Cousins. Bruder, Gio hat mich angerufen und gesagt, ich habe hier einen Rapper. Er will bei dir ein Interview. Ich weiß nur, du bist bei Nemo. Das ist richtig. Du bist blind, Bruder. Blind geworden aber. Blind geworden, ja. Du warst nicht von Geburt an blind. Genau. Erzähl, Bruder. Erzähl mal was über dich. Als allererstes, an der Stelle natürlich, wo du es gerade erwähnt hast, möchte ich unseren Bruder Gio grüßen. Vielen Dank erstmal, dass da Kontakt hergestellt wurde. Ich freue mich hier zu sein, Bruder. Und ich würde sagen, erstmal im Schnelldurchlauf. Ich bin sehbehindert auf die Welt gekommen. Und im Laufe meines weiteren Lebens bin ich dann vollständig erblindet. Und das ist erstmal so grob der Rahmen, in dem wir uns bewegen, sag ich mal. Und was heißt sehbehindert? Also du konntest ein bisschen sehen. Du musst dich so vorstellen, ich bin schwer sehbehindert auf die Welt gekommen. Das heißt, ich hatte, sagen wir auf beiden Augen, ich weiß nicht, 5 bis 10 Prozent Sehkraft. Das ist sehr wenig. Aber für mich war es damals genug. Also, weil, man muss sich das ja immer so vorstellen, es ist nicht nur so, dass wenn du, das was du siehst, ist ja für dich alles. Das heißt, ich hatte ja keine Messung, wie sieht man jetzt richtig. Das heißt, ich habe gesehen, ich habe auch insofern gesehen, dass ich hätte dich vollständig erkannt, aber ich hätte jetzt beispielsweise, ich hätte dir nicht sagen können, welche Augenfarbe du hast oder, weißt du, diese Details hätte ich jetzt nicht benennen können. Das heißt, für mich hat es gereicht, wirklich, bis ich 8 oder 9 war, dann bin ich am rechten Auge erblindet zuerst. Das kam einfach, also ich hatte viele Untersuchungen auch schon in Kliniken als Kind natürlich, weil meine Eltern natürlich auch besorgt waren, wie ist das? Das ist ja auch eine neue Situation, der Sohn ist blind, was macht man? Das heißt, viele Krankenhäuser, viele Ärzte geguckt, ein Auge abgeklebt, zu gucken, wie ist das andere, das andere Auge abgeklebt. Also, immer schon viel Actions gehabt mit Kliniken und sowas, Arztbesuchen. Dann im Endeffekt mit 8 oder 9, wie gesagt. Ich weiß bis heute einfach nicht, ob ich 8 war oder 9. Deswegen, in dem Alter bin ich dann mit rechts erblindet. Das war aber für mich gar nicht so schlimm, weil es ist so, dass wenn ein Auge die Sehkraft verliert, übernimmt das andere praktisch die Funktion. Das heißt, ich konnte für mich gefühlt, ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich blind werde, weil es war ein langsamer Prozess und ich habe das gar nicht gemerkt. Das heißt, irgendwann habe ich einfach dann gemerkt, warte mal, ich sehe auf dem einen Auge gar nichts mehr. Dann war es leider schon zu spät, durch eine Netzautoblösung, man konnte nichts mehr machen. Es ging aber für mich relativ normal weiter, ich war auf einer normalen Schule, habe Fußball gespielt auch, was auch immer für die Ärzte sehr verwundernswert war, weil die das eigentlich so nicht kannten, dass jemand, der so eine schwache Sehkraft hat, trotzdem, wenn ich das so sagen kann, so gut Fußball spielt. Also ich war fit, will ich einfach damit sagen, weißt du. Ich musste aber immer beispielsweise ans Handy nah ran, ich musste am Fernseher sehr nah ran, sodass ich dann auch immer, wenn ich mit Leuten irgendwas geguckt habe, ey, mach mal deinen Kopf weg und so weiter, diese Geschichte, weißt du, wenn ich das so ganz oft den Fernseher blockiert habe. Genau. Und so ging dann meine Jugend erstmal weiter. Also, es war, muss ich heute sagen, nicht wirklich leicht, weil Kinder sind das Schönste, aber Kinder können auch grausam sein oder gemein, sagen wir grausam, es ist hart ausgedrückt, weil die können dich nicht zuordnen, weißt du, du bist nicht normal für die anderen Kids so. Und ich selber wusste ja auch irgendwie, ich bin nicht wie die anderen, so. Irgendwas unterscheidet uns, aber mit dem Alter, du hast ja gar nicht diese Sichtweise, dass du das erkennst. Richtig. Weißt du, und so ging mein Leben dann einfach weiter, sag ich mal. Hab meine Schule weitergemacht und irgendwie mich so durchgekämpft, sag ich mal. Bis dann letztendlich, ähm, ich mit 17 einen Routine-Arztbesuch hatte. Das heißt, man war natürlich gewarnt, okay, das Ein-Auge ist blind. Wir haben regelmäßig Narkose-Untersuchungen gemacht. Und dann, äh, weiß ich noch genau, wie gesagt, mit, da war ich 16 zu der Zeit. Ähm, normale Routine-Narkose-Untersuchung. Ich werd wach, bin noch so bedämmert von der Narkose. Man kennt's ja, jeder hat ja mal eine Narkose gehabt. Du bist noch so im Halbschlaf irgendwie auch so ein bisschen wie auf so einem Drogenfilm so gefühlt nach der Narkose. Ja, dann bin ich zum Arzt ins Zimmer mit meiner Mutter. Und dann hieß es, der war auch echt kalt, muss ich heutzutage, muss ich echt so im Nachhinein. Der hat sich heute recht kalt gedroppt einfach. Du wirst wahrscheinlich blind, wenn wir nicht operieren. Es kann drei Wochen dauern, es kann drei Monate dauern, es kann drei Jahre dauern. Aber wenn wir nicht operieren, wirst du blind. Und dann, bam, die ganze Welt ist erst mal zusammengebrochen. Alles was, weil in dem Alter, ich denke, es ist nie schön oder leicht zu erblinden. Aber in dem Alter, sag ich mal, mit 16, 17, denkst du ja irgendwie, die Welt gehört dir so. Jetzt geht's los, jetzt werd ich 18 und das und feiern gehen. Und alles, was man so, was man halt so gerne macht in dem Alter. Und dann ist erst mal alles zusammengebrochen, muss man sagen. Und was ging dir so durch den Kopf, wie deine Zukunft aussehen wird in dem Moment? Kompletter Absturz. Wirklich komplett, einmal das System komplett runtergefahren. Ich wusste gar nicht, wo. Ich war einfach nur unsicher. Ich war einfach nur unsicher. Und man muss sagen, ich hatte Angst. Weil du weißt nicht, was dir blüht. Und vor allem, wenn du weißt, es wird irgendwann so kommen. Das heißt, du lebst permanent mit dieser Angst. Genau, genau. Du lebst permanent mit dem Gedanken, es könnte bald soweit sein. Und du weißt ja nicht, geht's von jetzt auf gleich. Was wird passieren? Dann hab ich, das war im Februar damals, hab ich, also wo ich diese Diagnose bekommen hab, hab dann noch mehr Krankenhäuser. Dann bin ich nach Essen. Dann bin ich irgendwo in Bayern gewesen. Dann bin ich dahin, 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 dahin. Überall versuchen, rauszufinden, was hab ich überhaupt? Was ist das? Weil der Arzt, ich komm aus einer sehr kleinen Stadt, also 30.000, 30.000 Einwohner. Die Mittel sind jetzt nicht so riesig da. Das heißt, quer durch Deutschland gucken, was ist die Ursache? Was ist es überhaupt? Bis wir dann letztendlich rausgefunden haben, was es ist. Aber vorher muss man erstmal diesen, diese Phase von dem Moment der Diagnose. Es hat dann ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich letztendlich nichts mehr gesehen hab. Und muss dir vorstellen, im Februar hab ich, wie gesagt, die Diagnose bekommen. Hast du, war das auch wie bei dem anderen Auge, dass du langsam nichts mehr gesehen hast? Oder war es von jetzt auf gleich? Nein, nein, das kommt nun nicht jetzt. Okay. Erstmal natürlich vollends in eine Depression gefallen. Angst, Paranoia, ich weiß nicht, was mir blüht, wie wird mein Leben laufen? Ich wusste auch nicht, gibt es eine Möglichkeit? Weil es ist ja zwischen Angst und Hoffnung auf der anderen Seite. Richtig. Weil auf der einen Seite hast du Angst, dass es passiert und was wird passieren und wie wird es weitergehen und kann es überhaupt weitergehen? Auf der anderen Seite hast du aber auch diese Hoffnung. Bitte, irgendwie, irgendwas muss mich retten. Weißt du? Und dann Februar, wie gesagt, der Frühling ging rum, der Sommer ging rum, alles war noch normal. Ich hab versucht einfach so, gefühlt so zu tun, als wäre nichts. Ich weiß noch genau, dann kam der Herbst. Es wird langsam, alles generell dunkler, alles, weißt du, die Jahreszeiten verändern sich. Es geht immer mehr Richtung Winter. Und dann hab ich, ich weiß noch, ich hatte auf dem Weg zu meiner Schule, bin ich immer ganz normal hingelaufen. Bis dahin war ja noch alles normal. Und da gab es so ein Tartan-Feld, nennt man das. Wie auch dieser Boden, wo auch die Basketball, die öffentlichen Basketballplätze, diese rote. Ja, ja, ich weiß. Ihr kennt, du kennst, ihr kennt. Da war so ein, so eine große Tartan-Fläche. Ich hoffe, das nennt man Tartan-Ala. Egal, auf jeden Fall hab ich mir immer dann mein rechtes, eh schon blindes Auge zugehalten und hab wie so ein Sehtest für mich selber gemacht. Musst du dir vorstellen. Einfach um, jeden Tag hab ich kontrolliert. Und ich, ja, es war alles okay, es war alles okay. Und irgendwann ich merke, warte mal, irgendwie, es kommt mir weniger vor. Aber dann bist du in einer Phase, weil wie gesagt, auf der einen Seite Angst, auf der anderen Seite Hoffnung. Du willst es dir nicht eingestehen. Ja. Du versuchst irgendwie, dass für dich, es liegt heute daran, daran liegt es, irgendwas. Es wird früher dunkel, es ist noch dunkel. Irgendwie, du suchst immer irgendwelche Ausreden. Ja, klar, klar. Um es vor dir herzuschieben, weil du willst es dir nicht eingestehen, weil diese Angst zu groß ist. Genau. So ging der Herbst und ich hab schon gemerkt, oh fuck, irgendwas stimmt hier nicht, Alter. Ich glaube, ich glaube, es geht los. Aber noch keinem wirklich was erzählt. Weil ich weiß ja auch, was das für meine Eltern bedeutet. Für meine Mutter, für meinen Vater, für meinen Bruder, weißt du. Dann hab ich immer weiter diesen Sehtest gemacht, da auf dieser Tatanfläche. In mir wuchs die Paranoia. Im Endeffekt hab ich dann auch, damals waren noch Facebook-Zeiten. Ja. Und ich weiß noch genau, ich seh noch so mein Facebook-Profilbild und diese blaue Dings, Facebook halt. Facebook, ja. Und ich musste irgendwann immer näher ran, ich musste scrollen, also immer ranzoomen, weißt du. Ja. Und hab gemerkt, scheiß, Alter, irgendwas stimmt hier gar nicht, Alter. Aber ich will es noch keinem sagen. Mhm. Ich will es mir, ich will, ich wollte es mir ums Verrecken nicht eingestehen. Dann ging der Winter, es wurde immer früher dunkel und ich hab gemerkt, ich fühle mich auch immer unsicherer. Bis dann letztendlich im Dezember, ich weiß noch, es war so diese Weihnachts-Silvester-Zeit, wir waren bei meiner Tante und ich kannte mich aus. Meine Tante, ich war ja oft da. Ja, ja, ja. Und auf einmal, bam, ich stotze gegen so einen Schrank. Ich denke, oh, oh. Jetzt ist vielleicht der Anfang vom Ende. Nein, ich weiß noch genau, es war Silvester rum, hab ich zu meiner Mutter gesagt, Mom, ich sehe nichts mehr. Also es wird immer schlechter, wir müssen jetzt operieren. Wir haben keine Wahl mehr. Bis dahin wussten wir auch dann schon langsam, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach eine sehr seltene Augenkrankheit ist. Also eine Erbkrankheit. Ja, Anfang Januar gesagt, ich muss operieren. Bis dahin haben wir uns noch festgelegt für die Uniklinik in Göttingen. Und so ging es los. 13. Januar. Erste Operation. Es war radikal auch noch Freitag, der 13. Ich weiß es noch, ja. Und ab dann, ich kann es leider nicht anders sagen, ist die Hölle ausgebrochen. Weil vor der einen Operation heißt es, nach der Operation werden sie wieder sehen wie vor fünf Jahren. Du wirst wach. Du wartest einen Tag, weil es ja noch alles mit Salbe und das, weißt du, von der Operation halt. Ja. Du wirst wach. Aber da ist immer noch nichts. Da ist nichts. Okay. Ein paar Tage warten. Wir müssen wieder operieren. Weil das hat nicht funktioniert. Wir müssen Öl ins Auge machen. Und also alles große Operationen gewesen. Jetzt keine Kleinigkeit halt, ne. Öl ins Auge. Jetzt muss es funktionieren. Und wieder das Gleiche. Du wach wartet ein, zwei Tage, weil du denkst, vielleicht. Es ist immer hoffen, warten, Paranoia, Angst. Es sind so viele Gefühle. Das kann ich jetzt gar nicht, ich kann das gar nicht wieder, also ich kann diese ganzen Gefühle, die da durch dich durchgehen, gar nicht, gar nicht, gar nicht richtig ausdrücken, weil es ist zu viel. Vor allem in dem Alter noch, weißt du, du bist so, du bist ja noch nicht mal richtig bei dir selbst. Ja. Die meisten zumindest. Also ich war es nicht. Weil ich war eh immer so, ich wusste nicht richtig so, weißt du was, du bist nicht normal, aber du bist auch nicht ganz, ganz anders irgendwie, weil du machst ja irgendwie alles mit, aber dann doch irgendwie bist du für die anderen anders und ja, nächste Operation. Wahrscheinlich müssen wir, wenn das nicht klappt, ihren Augeapfel entnehmen. Das war für mich irgendwie das Schlimmste. Ich habe mir immer gesagt, wenn, dann lass mir zumindest meine Augen. Und wieder operiert. Nichts geholfen. Gott sei Dank mussten sie auch den Augeapfel nicht entnehmen, muss ich jetzt heute sagen. Dann wurde es mal für ein, zwei Tage besser. Wieder voll in die Hoffnung rein. Dann mitten in der Nacht, ich wache auf, ich habe einen, ich dachte, mein Kopf platzt. Augeninnendruck, musst du dir vorstellen. Ja. Ist normal. Zwischen 10 und 20. Bei mir war es 40. Das heißt, ich dachte, mein Kopf platzt. Ja. So, das ist, das ist auch so, über die Augen kommt ein Schmerz, den, den kennt man nicht. Aber der geht durchs Gehirn so, es ist ganz, ganz ekelhaft. Und dann muss ich nachts meine Mutter weg. Mama, wir müssen schnell, wir müssen schnell, mein Kopf, ich habe Angst, völlig hin und weg so. Von diesen ganzen, ist ja eine komplette Reizüberflutung auch, die du da so durchmachst. Klar. Und, weißt du, während meine Freunde, was weiß ich, der eine feiert seinen 18. Ich liege im Krankenhaus. Ja. Weißt du, und ich liege nicht nur ein, zwei Tage im Krankenhaus, sondern ich war im Endeffekt, also, du musst dir vorstellen, zwischen, innerhalb von vier Monaten hatte ich, glaube ich, sechs oder sieben Operationen. Oder innerhalb von dreieinhalb Monaten hatte ich sechs oder sieben Operationen. Und die Klinik war immer zwei Stunden von uns weg. Das heißt, wie ich gesagt habe, riesiger Augendruck, mitten in der Nacht, meine Mutter muss aufstehen, Kickdown nach Göttingen in die Uniklinik, schnell, ich weiß gar nicht mehr, was die gemacht haben, gelasert und dann wieder Narkose und wieder probiert. Bis zum Endeffekt, man hat einfach gesagt, okay, wir haben alles probiert, nichts hat funktioniert, das ist es. Und dann war, komplett. Wie lange hat es gedauert, bis es komplett dunkel war? Wie gesagt, Januar ging es los. Und da war es schon, also da ging schon nichts mehr durch, sage ich mal. Da habe ich schon nichts mehr gesehen, wirklich. Also ich hätte mich nicht mehr alleine wirklich fortbewegen können. Das war dann, vorher war auch schon teilweise so die Phase, wo, wenn ich mit den Jungs draußen war, du kennst doch diese Pöller, diese Absperrungsdinger, die so genau bis hier auf der Straße immer sind. Pöller essen die, weißt du? Und ab und zu, wir hatten dann selber schon dieses System entwickelt mit den Jungs, dass ich mich praktisch am Oberarm von einem der Jungs festhalte. Aber ich wollte das alles, ich wollte das nicht annehmen. Weißt du, weil, wenn dir sowas blüht, du, du versuchst das so weit wegzuschieben von dem, nein Jungs, es geht schon, ich mach das schon. Und dann, du läufst, du läufst und auf einmal das, dotzt du gegen so ein Ding, weißt du? Und das wurde halt auch öfter dann und dann habe ich gemerkt, ey, es hat alles keinen Sinn so, du musst dich der Sache irgendwie öffnen oder zumindest erstmal ergeben. Und von, wie gesagt, von Januar ging es los, Mitte Januar bis März waren diese vielen Operationen. Zwischendurch habe ich wieder ein bisschen was sehen können, zumindest ein bisschen hell oder mal so ein Umriss oder so irgendwas. Aber das war es dann auch schon, also im Endeffekt drei Monate, würde ich sagen, dreieinhalb Monate, bis es dann wirklich rum war. Ich kann mir, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das, wie das sein kann. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Also für die Menschen, die, die das halt, die halt sehen können, Bruder, ich stelle mir vor, ich stehe nachts auf, Bruder, bei mir, das Zimmer ist dunkel, ich mache einfach das Licht an, weißt du, was ich meine, damit ich was sehen kann, aber so, wenn ich mir vorstelle, Bruder, es ist ständig dunkel. Ich muss dazu sagen, also gewöhnt man sich auch daran? Das erkläre ich dir gleich, ich muss aber erst nochmal kurz sagen, man denkt, also es ist bei mir, ich kann da nur für mich sprechen, weil es gibt verschiedenste Arten der Erblindung und, weißt du, manch einer sieht ein Prozent, der sieht da noch ein bisschen was, aber bei mir ist es mehr Nebel. Ich beschreibe das immer wie, wie wenn du eine, kennst du, wenn Autoscheiben beschlagen sind, aber halt so, dass du nicht einfach mal mit den Fingern so soft da reinmalen kannst, sondern es ist einfach maximaler Nebel, da geht nichts durch, so ist es bei mir, also Gott sei Dank muss ich auch sagen, es ist jetzt nicht dunkel, dunkel, am rechten Auge ist es so maximal verschwommen, also so verschwommen halt auch natürlich, sonst wäre ich ja nicht blind, dass man nichts dadurch sieht und auf dem linken Auge ist es, würde ich wirklich mehr sagen, wie so ein Nebelschleier, aber halt sehr dicht. Also es ist nicht schwarz? Nein, 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 nein. Ach so. Gott sei Dank nicht, muss ich sagen. Aber das gibt es auch, ne? Gibt es mit Sicherheit auch, ja. Weil bei mir ist ja auch noch, wenn ich dann die Augen, also auch wenn ich die Augen zumache, ich meine, ich schlafe ja nicht mit Augen offen, weißt du, wie ich meine? Ja, klar, klar. Das heißt, ich, bei mir ist es verschwommen und neblig, muss ich sagen. Und wenn du die Augen zumachst? Dann ist es dunkler. Dann ist es dunkler. Also ich merke da schon einen Unterschied, auf jeden Fall. Also ich mache auch, wenn ich müde werde, dann mache ich die Augen zu, weißt du? Ja, okay. Genau. Wie ging es weiter, Cousin? Nachdem das alles, du das akzeptiert hast, sag ich mal, hast du doch irgendwo eine Motivation gehabt? Akzeptiert habe ich es erstmal gar nicht, muss ich sagen. Weil, wenn es dann erstmal soweit ist, dass du nichts mehr siehst, dann, weil vorher, du hast ja immer noch Hoffnung. Ja. Aber wenn die Hoffnung für dich gestorben ist, dann ist erstmal alles rum. Da muss ich dir wirklich sagen, Suizidgedanken, starke Suizidgedanken, Hoffnungslosigkeit, Trauer, Verzweiflung, das ist das, was mich begleitet hat in dieser Zeit. Vorher auch schon, ich war auch vorher schon damals in Therapie gewesen, weil diese Angst, wie ich gesagt habe, zu groß war. Das heißt, ich musste mir helfen lassen. Also ich habe gemerkt, ich brauche Hilfe. Ich kann das alleine nicht stemmen. Das ist eine Sache, das kann dir keiner abnehmen. Und da kann sich auch keiner reindenken. Egal mit wem von deinen Jungs du redest oder von deiner Familie, diesen Schmerz kennt keiner. Weißt du? Weil sie nicht kennen, ja. Also habe ich auch nie irgendwem übel genommen oder irgendwie sowas, gar nicht. Aber ich war alleine mit dieser Sache. Auch wenn meine Familie mich sehr unterstützt hat, insbesondere meine Mutter, weil du musst dir auch vorstellen, während ich im Krankenhaus war und ich war oft im Krankenhaus und viel und mehrere Tage, meine Mutter war jeden Tag, jeden Tag war sie in einem Hotel neben dem Krankenhaus. Mama ist einfach die Beste, Mann. Hundertprozentig. Das ist einfach so, Cousin. Mama auch, wenn du das siehst. Liebe Grüße. Wirklich. Weil man sagt es nicht grundlos. Das, was das Kind erleidet, die Mütter, die Väter bestimmt auch, aber vor allem die Mütter, die leiden noch mehr. Ja. Und das ist auch so eine Sache, weißt du? Ich sage immer, wenn du, ich war in Suizidgedanken gefangen. Ich wusste nicht, kann ich überhaupt jemals wieder glücklich werden. Ich wusste, ich sehe meine Eltern nie wieder. Ich wusste, ich sehe nie wieder irgendwas. Wahrscheinlich. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dadurch, dass meine Augenkrankheit auch so selten ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich nie wieder was sehen werde. Und damit musst du erst mal klarkommen. Und das braucht seine Zeit. So. Das habe ich dir ja vorhin schon erzählt. Ich habe ja letztens auch eine Story erzählt, wo jemand mit einem Schlag auf den Kopf einfach blind geworden ist. Digga, als er mir gesagt hat, für mich sind meine Eltern quasi, sie leben zwar, aber ich sehe sie nie wieder, so als wären sie tot. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, Alter. Weißt du, wie ich meine? Das ist... Ja, ich meine, ich sage mal so, man hat ja immer noch ein Bild vor Augen von den Eltern. Natürlich, ich will nicht lügen, auch Bilder verblassen ein wenig mit den Jahren, leider Gottes. Ja. Aber man hat schon auf jeden Fall noch ein Bild vor Augen. Und weil du eben gefragt hast, wie lange dauert es, sich daran zu gewöhnen. Oder wenn du zum Beispiel sagst jetzt als Beispiel, du wachst nachts auf. Mhm. Und es ist dunkel, du siehst nichts. Du stößt dir beispielsweise den Fuß am Regal oder am Bett oder... Ja, ja, ja. Aber wenn du mal hundert Nächte hintereinander aufwachst und nichts siehst, dann weißt du irgendwann, da ist der Schrank, da ist der Stuhl, wenn ihn keiner umgestellt hat, weißt du, wie ich meine? Das heißt, du hast dein System. Das versuche ich auch immer den Leuten zu erklären. Die erste Woche blind sein ist anders als das fünfte Jahr. Weißt du? Natürlich ist es bei jedem verschieden. Der eine kommt früher damit klar, der andere weniger, der andere braucht Ewigkeiten, der andere nimmt es vielleicht auch leider Gottes nie an. Habe ich auch schon Geschichten gehört von Leuten, die blind geworden sind und die haben es nicht akzeptiert. Aber bei mir war es so, wie gesagt, im März war dann die ganze Krankenhausgeschichte rum. Ich wusste, das ist jetzt so. Dann ging die Spirale ganz weit nach unten. Wie gesagt, Suizidgedanken. Ich wusste nicht, wie gehe ich damit um? Kann ich damit umgehen? Kann ich jemals wieder glücklich werden? Und für mich wirklich, was mich zu der Zeit am meisten am Leben gehalten hat, war der Gedanke, ich kann das meinen Eltern und den Menschen, die mich lieben, ich kann es ihnen nicht antun. Ich habe den Gedanken nicht ertragen, mein Bruder, dass wenn ich so egoistisch bin und mir das Leben nehme, dass meine Mutter bis an ihr Lebensende zum Friedhof spazieren muss und, verstehst du, ihren Sohn nie wieder sieht. Heftig, Bruder, stark. Ich konnte das nicht. Obwohl zu der Zeit, möge Gott mir verzeihen, hätte ich es vielleicht gewollt, weil ich war so verzweifelt. Ich hatte so Angst, dass ich nie wieder so lachen kann. Ich dachte, ich kriege nie wieder ein erfülltes Leben. Weil wie soll ich mich selber lieben? Wie soll mich jemand anders lieben? Was soll ich mit meinem Leben machen? Und da muss ich auch ganz klar sagen, was mich mit in erster Linie auch am Leben gehalten hat, war die Musik. Weswegen wir ja im Endeffekt heute auch, der Ursprung ist, warum wir hier sitzen. Weißt du? Die Musik, Texte schreiben, mich selber therapieren, weil die Beats gefühlt waren das, was mich verstanden hat. Da konnte ich einfach sagen, was ich zu sagen hatte. Ich habe einen Song gemacht über meine Geschichte der Erblindung damals. Ich habe einen Song gemacht, wo ich meine kompletten Suizidgedanken runtergeschrieben habe. Das heißt, ich habe den Weg beschrieben mit meinen Gedanken von mir zu Hause in dem Zimmer, wo ich damals immer war. wo ich einfach ein Dreivierteljahr nur unter der Decke gelegen habe und einfach depressiv war, keine Motivation zum rausgehen hatte. Ich habe den Weg beschrieben von da bis aufs Parkhausdach und meine kompletten Suizidgedanken in diesem Song verpackt. Und das hat mir geholfen, wenn ich wirklich heute sagen kann, natürlich neben Familie und Freunden, das war das, was mich gerettet hat. Und das ist auch bis heute das, was mir Musik, ich kam damals zu dem Punkt, was ist mir geblieben? Fußball geht nicht mehr, Computerspielen, sowas man halt so gerne macht als Jugendlicher, ging alles nicht mehr. Das, was mir geblieben ist, was ich auch vorher schon gemacht habe, ist Musik, Texte schreiben, rappen. Und dann habe ich mir geschworen, ich werde die Lebensqualität, die mir durch das Augenlicht verloren gegangen ist, durch Musik wieder zurück in mein Leben holen. Und noch dazu, ich habe den Fokus über die Augen verloren, also setze ich ihn auf die Ohren. Weißt du? Und deswegen heiße ich, um das mal einfach mit einzustreiten, deswegen heiße ich Fokus. Weißt du? Checkt das auf jeden Fall ab, Cousins Instagram von meinbri-fokus, blenden wir euch ein. Sehr gerne. Checkt das auf jeden Fall ab, Cousins. Seien alle herzlich willkommen. Ja, Bruder, das sind echt so, das sind viele Fragen, die ich auch so im Kopf habe, Bruder. Zum Beispiel Klabotten. Weißt du, worauf ich hinaus will gerade? Na klar. Du weißt ja nicht, ob es jetzt gut aussieht oder nicht, außer ich sage zu dir, Bruder, es sieht echt Maximum fresh aus, was du da gerade hast. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Also du siehst Maximum fresh aus. Danke, mein Bruder. Ich küsse dein Herz. Ich weiß schon, ich weiß schon, was du meinst. Aber selber ausgesucht hast du es dir, glaube ich, nicht, oder? Das ist mein Geheimnis. Nein, Spaß. Du musst dir vorstellen, mein Bruder. Aber du weißt, was ich meine. Du weißt ja, hundertprozentig. Du weißt eh, habe ich dir auch vorher schon gesagt, frag, was du fragen willst. Weil ich denke immer, mir ist es lieber, die Leute fragen, was sie gerne wissen möchten und ich kann ein bisschen aufräumen. Bruder, ich habe noch nie mich mit einem Blinden so unterhalten. Ich habe mich einmal mit einem Blinden unterhalten, aber das war auch nur so eine Zigarettenlänge. Weißt du, wie ich meine? Das geht aber den meisten. Aber ich habe ihm keine Fragen gestellt, so über seine Blindheit und so. Weißt du, wie ich meine? Ja, nochmal, das ist ja auch immer erstmal so ein rotes Tuch. Weißt du, wo man so, kann ich jetzt und soll ich jetzt? Ja, genau, genau. Ich bin immer so, frag mich, was du fragen willst. Weil lieber, ich kann die Vorurteile, und das ist nicht mal wertend gemeint, weißt du? Also, selbst ich hatte, wo ich gesehen habe, Vorurteile Blinden gegenüber. Das liegt im, also, was heißt Vorurteile, klingt hart, aber so, man hat sein Bild. Ja, und man hat so sein Bild. Man denkt, ah, der ist blind, dann wird es wahrscheinlich so oder so sein. Aber lieber, ich sitze hier und lasse mich von dir fragen, was dich interessiert oder was die Leute interessiert und ich kann ein bisschen aufräumen mit diesen Klischees. Weil ich kann für mich sagen, ich entspreche nicht dem Klischee, was man einem Blinden zuschreibt. Und, um auf die Frage zurückzukommen, wie gesagt, damals erstmal, und ich habe, sagen wir, ein halbes, sagen wir, ein Jahr gebraucht, um zu sagen, okay, guck mal, ich bin blind, Suizid ist keine Option. Das heißt, es gibt nur ganz oder gar nicht. Ich bin eh so als Mensch, weißt du, halbherzig mache ich nichts. Wenn ich es mache, dann mache ich es richtig. Also, ich versuche es richtig zu machen. Und, das heißt, ich habe mich für ganz entschieden. Weil gar nicht, wäre entweder auf der Couch liegen bleiben oder Schlimmeres, weißt du? Oder komplett in irgendeinen Drogenfilm zu versingen oder was auch immer. Womit man sich halt so flüchtet aus dem Leben. Und, zu dem Thema Klamotten, ich, dadurch, das kommt mir natürlich zu gut, dass ich mal gesehen habe, das heißt, ich weiß, was ich anziehe. Weißt du? Oder ich weiß, wenn ich mit einem, natürlich, ich gehe jetzt nicht alleine shoppen, das wäre ja ein bisschen crazy, aber ich suche mir mal die Jungs, wo ich weiß, die haben Drip, weißt du, die verstehen schon was von Mode. Das heißt, zum Beispiel, ich gehe mit meinem Bruder Nemo ab und zu mal shoppen. Ich weiß, bei ihm, er will das Beste für mich, weißt du, er, ich sage schon so, ey, bro, ich hätte Bock auf so oder so oder sowas. Weil ich kenne ja die Klamotten, die es so gibt, überwiegend. Natürlich, jetzt heutzutage gibt es auch manche verrückte Trends und da bin ich jetzt nicht der aller-upgedatetste. Aber an sich, ich glaube, zu wissen, welche Farben mir stehen, ich weiß schon, was ich haben will. Aber ich habe auch mal die Jungs, denen ich einfach vertraue, wenn die sagen, hier, bro, zieh das mal an. Ich fühle den Stoff, okay, mhm, da ist das Muster drauf, da ist das, okay, schwarze Hose. Weißt du, ich weiß ja auch, dadurch, dass ich mal gesehen habe, welche Farben passen zueinander so. Und so ziehe ich mich an. Also shoppen gehe ich natürlich immer mit Begleitung, weil, wie gesagt, wie willst du das jetzt machen, weißt du, shoppen mit Begleitung, aber anziehen kann ich mich selber. Ich bespreche dann ab und zu mal, ey, weil natürlich, man ist jetzt, ich habe mir ja den Weg ausgesucht, vor der Kamera zu sein auch, das heißt, man macht jeden Tag Storys. Klar. Man ist oft vor Kamera einfach, weißt du. Und da suche ich mir dann immer schon mal so ein bisschen so manche Outfits raus. Oder ich gehe sicher, dass ich jetzt nicht, was weiß ich, dass ich jetzt kein, kein, was weiß ich, hartes Beispiel, neongelbes T-Shirt zu, na, was weiß ich, hellblauen Jacke anziehe oder so. Weißt du, also, dass ich jetzt nicht irgendwie was anziehe, was sich beißt oder so, weißt du, dass man einfach schon mal so seine Sicherheit hat einfach. Ja, safe, safe. Und dann, man, Bro, schwarze Jogger, schwarze Schuhe, geh ihm raus, weißt du, weißt du, ich meine, nein, aber für mich war eh schon immer sehr wichtig, wo ich dann akzeptiert habe, blind zu sein, war für mich sehr wichtig, ich habe keinen Bock, die ganze Zeit auf jemanden angewiesen zu sein. Du hast auch gesagt, du bist alleine hier nach Berlin gekommen, ne? Oder? Ich bin alleine hier nach Berlin gefangen, ja. ICE rein, gib ihm. Und ich bin auch damals, muss mir vorstellen, ich habe dann, nachdem ich so ein Jahr voll in Depressionen und Verzweiflung und so versunken bin, nachdem ich dann in den Entschluss gefasst habe, wieder richtig ins Leben reinzugehen, habe ich ein bisschen versucht, bei mir da in der Kleinstadt einen normalen Schulweg zu gehen, weil es natürlich auch für meine Mutter wichtig ist, eine Sicherheit zu haben, weißt du, du kannst jetzt nicht einfach zu deiner Mutter als blinder, 17-, 18-jähriger Sohn sagen, hey Mama, ich werde Rapper, ich gehe jetzt nach Frankfurt, weißt du? Ja. Aber die denkt sich auch, du bist gerade blind geworden, hast du einen Schaden oder was? Macht sich ja Sorgen. Woher kommst du genau? Geboren bin ich in Bad Hersfeld, das ist bei Fulda, Kassel diese Ecke. Ja. Und bin dann, also ich war zwei Jahre blind, dann bin ich alleine nach Frankfurt gezogen. Wo der Berenimo und so auch sind. Genau, genau. Und das kam dann aber später erst, muss ich dir vorstellen. Dann habe ich erstmal, weil in der Kleinstadt oft ist die Mentalität leider sehr engstirnig. Das heißt, ich war vorher ja schon nicht normal für die Leute. Für die Leute, ja. Als Blinder war ich dann gefühlt wie ein Außerirdischer. Ja, so. Ja, vor allem in so einer kleinen Stadt, wenn da eine Maus stirbt, kriegt das schon jeder mit. Weißt du, wie ich meine? Und die Leute kennen das nicht. Weißt du, guck mal, du bist in Großstädten, du kommst selber aus der Großstädte. Aber die Leute haben keine Berührungspunkte mit Blinden. Damals hat es mich abgefuckt. Weil ich mir dachte, ey, ich will doch hier kämpfen, lass mich doch mal zur Schule gehen. Weil ich wollte nicht auf eine Blindenschule. Ich habe akzeptiert, blind zu sein, aber ich wollte nie nur in diesen Blindenkosmos rein. Zum Beispiel, ich hatte nie blinde Freunde. Das ist gar nicht gewertend gemeint meinen blinden Brüßern und Schwestern gegenüber. Aber ich dachte mir immer, reicht doch, wenn einer nichts sieht. Weißt du? Ja. So, ich wollte weiter ins Leben. Ich wollte unterwegs sein. Ganz normal einfach, wie ich es kannte. Ja, klar. Und das war immer mein Anspruch, so selbstständig wie möglich zu sein und das Leben einfach weiterzuleben. Und wenn wir jetzt ein paar Tage miteinander verbringen würden, vertraue mir spätestens morgen, übermorgen, du würdest vergessen, dass ich blind bin. Weil meine Jungs vergessen das alle. Bruder, als du vorne hier standest, habe ich nicht mehr gecheckt, dass du blind bist. Ja, weil ich kann gar nicht sagen, warum es so ist, aber es ist einfach so. Ich habe mir das von vornherein, habe ich mir gesagt, raff dich und sei so selbstständig und eigenständig wie möglich. Weil das ist das, was die Energie ausmacht. Geh nach vorne, reiß was. Deswegen, okay, ihr wollt mich auf den normalen Schulen nicht akzeptieren. Ich habe dann ein halbes Jahr Fachhabi versucht. An sich alles gut gelaufen. Irgendwann kommt der Schulleiter zu mir und will mir irgendwelche Sachen. Ich hatte ja dann Hilfsmittel. Weißt du? Ich hatte einen Laptop, der so eine Sprachfunktion hat. Und wenn es nicht funktioniert, fuckt man sich halt drüber ab. Ist menschlich. Klar. So. Ich habe ja dann Blindenschrift gelernt und diese Zehnfinger-Schreibensystem und, weißt du? Und ich war auf einer normalen Schule. So. Dann, wenn die Tastatur nicht funktioniert, ich fuck mich drüber ab. Ganz normal. Irgendwann kommt der Lehrer und sagt, ja, du, ich glaube, äh, der Schulleiter, ich glaube, du brauchst einen Schulpsychologen. Ich sage, ja, warum? Ja, mit der Tastatur und das. Und ich sage, wie? Ja, wir sehen das so und so und so. Ich sage, warte mal. Nur weil ich mich doch, das ist doch menschlich. Und so Faktoren kamen dann immer mehr auf. Ich habe gemerkt, ich werde hier nicht einfach akzeptiert als Blinder. Die Leute suchen Probleme. Ich versuche nur mit Lösungen voranzugehen. Und die Leute suchen Probleme. Und wenn jemand, ich versuche immer Lösungen zu suchen und keine Probleme, aber wenn mir jemand immer irgendwelche angeblichen Probleme vor die Tür, dann sage ich adios. Weißt du, wie ich meine? So, dann habe ich gesagt, ich gehe nach Frankfurt und habe da eine Ausbildung gemacht als Mix- und Mastering Engineer. Das heißt, ich habe gelernt, mich selber aufzunehmen, zu recorden für Musik halt alles. Ich habe dann gesagt, ich setze alles auf Musik. Und so ist es dann auch gekommen. Dann bin ich alleine nach Frankfurt, bin da bei so einer Uni gewesen, wo man das studieren konnte praktisch. Und habe das zwei Jahre durchgezogen. Weil die Leute in der Großstadt, die waren offen der Sache gegenüber. Okay, dann brauchst du das und das. Du brauchst jemanden, der dir dabei ein bisschen hilft. Du brauchst du da, 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 da. Okay, im Endeffekt hat es super funktioniert. Weißt du? Und dann hast du angefangen, deine Tracks selber aufzunehmen? Auch, ja. Ja, ich war auch in Studios, habe aber selber auch viel aufgenommen, viel geübt. Auch während ich diese Uni besucht habe, schon sehr viel Musik. Ich habe ab dem Moment, wo ich blind war, gesagt, ich setze alles auf Musik. Das heißt, immer Songs gemacht, Songs gemacht. Wenig rausgehauen zu der Zeit, also veröffentlicht. Aber immer, immer Musik. Immer Musik. Irgendwann warst du dann bei unserem Cousin erst auf dich zugekommen oder du auf ihn? Erstmal musst du dir vorstellen, war es so, ich habe meinen Bruder Dümarock. Kennengelernt. Auch ein absoluter Frankfurter Deutsch-Rap-OG. Liebe Grüße an der Stelle, mein Bro. Über ihn. Er ist zu einem, kann man wirklich sagen, großen Bruder für mich rangewachsen. Ja. Durch ihn habe ich sehr viele Kontakte in dieser Musik, in dieser Rap-Szene knüpfen können. Und dadurch, dass er schon seit zehn Jahren wirklich im Rap-Game ein etablierter Artist ist, hat er mich auch vor vielem bewahren können. Weil die Leute gehen schon in diesem Rap-Genre, die Leute gehen schon mit sehenden, jungen Talenten ekelhaft um. Wenn du die Leute nicht mal siehst und ihre Blicke nicht mal siehst, dann musst du aufpassen. Also du musst generell aufpassen, weißt du? Ja, Mann. Tag, Tag, Tag. Jahre vergehen. Wir haben immer viel Musik gemacht. Ich habe viel Gas gegeben. Mich versucht immer weiterzuentwickeln. Bis dann, wie der liebe Gott es wollte, ich Nimo kennengelernt habe. Auch über Du damals, der Erstkontakt. Dann hat man ein, zwei Jahre nix. Wir haben uns im Studio getroffen. Hatte einen Termin mit Du. Also Nimo mit Du. Ich war mit Du. Und da, sagt Nimo immer, hat er so das erste Mal seinen Flash auf mich gehabt. Er sagt, warte mal, wie blind? Wie läuft der hier rum? Aber man war sich noch nicht auch, man ist ja erstmal, sag ich mal, distanziert. Wir müssen ja auch alle, Nimo, weißt du? Du gehst ja einfach hin und sagst, hey Bro, ich bin Rapper. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Erstmal ganz, tranquill. Mit Respekt reingegangen in die Sache. Und dann hat Nimo öfter Session mit unserem, einem meiner besten Freunde, auch Crysis, liebe Grüße auch an der Stelle, immer Sessions gemacht, also Songs gemacht. Und darüber hinaus haben Nimo und ich, wie ich war dann immer mit Crysis auch, weil das war bei uns damals im Studio, von Du, Crysis und mir in dem Studio. Und dann ist einfach erstmal, weil das ist für mich immer das Wichtigste, die Menschlichkeit. Wir haben uns von Mal zu Mal, wo wir uns gesehen haben, immer mehr einfach Sympathien entwickelt, so. Nimo und ich, und ich war immer, ich bin, ich frag nicht gerne, weißt du, oder ich fordere nicht gerne irgendwas. Das heißt, ich habe nie gesagt, ey, kann ich dir mal was zeigen oder darf ich mal oder willst du mal oder gar nichts. Ich war einfach cool. Wir haben im Studio gesessen, er hat seinen Songs gemacht, wir haben ein bisschen geweibt und irgendwann sagt er, ey Bruder, zeig mal was von dir. Ja. Ja und der Rest ist History oder dann war halt maximal geflasht, Gott sei Dank. Dann hat man sich schon mal weiter erstmal kennengelernt. Und im Endeffekt bin ich auf den Mond gelandet, wie ich so schön sage. Also bin ich bei, habe ich bei Moonboys gesigned. Und bin jetzt seit genau einem, also seit anderthalb Jahren kennen wir uns wirklich aktiv, dass man viel Kontakt hat. Und seit einem Dreivierteljahr ist jetzt offiziell, dass ich bei ihm mit dem Label am Start bin. Wofür ich auch sehr dankbar bin. Weil, wie sage ich es, in diesem Game wird viel mit Hoffnung gespielt, weißt du. Und mir haben so viele Leute, also ich sage immer, wenn mir alle Leute, die mir irgendwas versprochen haben, das wirst du selber wahrscheinlich auch kennen, bist ja auch in diesem ganzen Medien-Ding, wenn mir alle Leute, die mir was versprochen haben, face to face, das eingehalten hatten, ich hätte schon 20 Goldene an der Wand hängen gefühlt, weißt du. Viel Versprechungen, leere Versprechungen. Und nach Du war Nimo der Erste, der gesagt hat, angesetzt hat und umgesetzt hat, weißt du. Und wenn es eins gibt, was ich schätze, dann das. Da bin ich sehr dankbar für. Nimo ist Killer. Super Typ, super Typ. Und auch er bis heute. Manchmal, ich komme, ich bin, ich habe auch meine Brüß und ich bin ja allein unterwegs. Ich lebe ja auch alleine, weißt du, seit Anfang an auch, auch in Frankfurt. Und ich weiß noch, die ersten Male, wenn ich so alleine ins Studio kam, muss ich mir vorstellen, das Gebäude ist riesig, so. Und man braucht halt schon auch einen guten Weg, bis man da so bis zum Studio kommt. Er sagt, Bruder, verarsch mich doch nicht. Wie bist du jetzt hierher gekommen? Ja. Du hast keinen Stock? Dein Blindenhund ist nicht dabei? Wie, was machst du? Weißt du? Ja, ja. Und so eine Situation gab es dann halt öfter. Also, wenn er dir irgendwann, muss er dir auch mal erzählen. Also, ich habe ihn auf jeden Fall, glaube ich, kann ich schon sagen, ich habe auf jeden Fall sowas in ihm ausgelöst. Weißt du? Dass ihn das Ganze irgendwie, natürlich die Musik, aber auch das Ganze drumherum. Ich habe das bei ihm auch gemerkt, wenn ihn etwas flasht oder überzeugt, Bruder, dann ist er sich nicht zu schade dafür. Ich habe Nimo kennengelernt auf TikTok tatsächlich, in einem Livestream, war ich mit jemandem gerade am Matchen. Und da war Nimo bei mir auf einmal drin und hat dann reingeschrieben, ich feier dein Content und so. Er hört sich auch gerne meine Gute-Nacht-Geschichte an. Ich weiß, ich habe dir doch gesagt, ich kenne deine Sachen auch durch ihn. Wir saßen zusammen im Studio, er hört sich gerade so ein Dings an, so eine Story von dir. Und ich sage, was ist das? Ich hatte das auch schon mal auf TikTok wahrgenommen, ich kannte deine Stimme. Aber zu der Zeit war die TikTok-App noch nicht so ausgereift für meinen Voice-Over, nennt sich das, womit ich das iPhone bediene, weißt du? Und das heißt, ich konnte nicht immer so nachvollziehen, von wem gucke ich da jetzt eigentlich gerade was. Ja, klar. Ja, vor allem, ich heiße bei ihr das Story auch anders, ne? Ja, das heißt, weil ich konnte auf deinen Account nicht draufdrücken, das ging zu der Zeit nicht so gut, vom Technischen her. Und ich sage, brü, wer ist das? Er sagt mir Namen dann und dann habe ich das halt angefangen zu verfolgen auch, weißt du? Weil habe ich dir auch eben auf Kamera schon gesagt, ich feiere das, dein Content ist einfach auch, sage ich, es war sehr blindengerecht, weißt du? Es ist im Endeffekt wie ein Hörbuch. Und ja, also ich habe dir schon Liebe gegeben, ich feiere extrem, was du machst. Ich küsste dein Herz, Bruder, ich küsste dein Herz. Sehr, sehr geil. Es ist mir eine Ehre auch, dass du heute hier bist, Bruder, jetzt. Ich freue mich. Ja, Bruder, und dann hast du gestartet mit Rap. Wie war es mit einer kleinen Kostprobe? Eine kleine Kostprobe? Ja, Bruder. Eine kleine Kostprobe. Was machen wir denn da mal? Lass mich mal kurz überlegen. Komm, ich mache den. Vor den Augen keine Farben, alles grau. Alte Bilder sind seit Jahren schon verstaubt. Ich habe Risse auf der Seele, keine Narben auf der Haut. Ich glaube, Gott hat mich getestet und ich habe ihm vertraut. Mit 400 PS durch die Innenstadt. Nur der Mond scheint hell wie die Rücklichter. Sag mir, ist es Geld, was uns glücklich macht? Oder der Schein so schnell, dass er süchtig macht? Die Lunge brennt von Flavor-Mix-Kippen. Keine davon tötet dein schlechtes Gewissen. Die Leere in meinem Herz ist mit Geld nicht zu füllen. Trotz Sommerwetter spüre ich nur die Kälte von innen. Krank, Bruder. Krank, Digga. Grüß dir. Dankeschön. Ja, wirklich. So ein softy Check. Grüß dir. Grüß dir. Das war übrigens, wenn wir schon hier gerade am Rappen sind. Ja, nochmal. In ein paar Tagen kommt mein Mixtape raus. Meine lieben Freunde. Foxy Wonder heißt das Ding. Ganz kurz, brüderliche Werbung in eigener Sache. Mach, Bruder, mach. Mach, das sind deine Kameras, Bruder. Dein Studio, dein Zuhause. Mach. Rek, mein Bruder. Also, mein Mixtape kommt raus. Jetzt am 15. Dezember in ein paar Tagen. Da sind 14 Songs drauf. Und natürlich Foxy Wonder, die Anlehnung an Stevie Wonder. Man nennt, also die meisten nennen mich Foxy, deswegen Foxy Wonder, du weißt das. Schick mir, hast du einen Link irgendwie dazu? Schick ich dir. Schick mir den, wir ballern den euch in die Videobeschreibung. Ansonsten, ich bin überall vertreten. TikTok, Instagram, überall, wo man seine... Lieblingsrapper so findet, da findet man mich auch. Wir werden den Cousinen natürlich TikTok, Insta und auch den Link hier in die Videobeschreibung ballern, Cousins, dass ihr nicht lange suchen müsst. Korrekt. Dass ihr schon mal Bescheid wisst. Geil. Ja, Bruder. Ja, mein Bruder, so. Das ist, ähm... Bruder, wie ist das mit Frauen? Gut. Nein. Nein, das meinte ich sogar nicht. Ich meine, so wie mit Klamotten, Bruder. Du musst dir vorstellen, man lernt, generell lernst du eine Person erstmal neutraler kennen. Weißt du? Weil, guck mal, die Augen sind ein sehr wichtiges Organ, aber die Augen können auch, die Augen trügen auch. Bruder, ich meinte das gerade nicht, wie läuft es mit Frauen, ob es gut oder schlecht läuft. Nein, nein. Ich meinte damit... Ich will dir erklären, Bruder. Du... Du siehst maximum fresh aus, Bruder, Jani. Man gibt sein Bestes. Ich kann mir vorstellen, dass es gut läuft, aber... Nein, nein, ich meine nicht mal, es läuft, sondern ich will dir erklären, es geht auch blind. Weil du lernst deinen Menschen anders kennen. Darauf will ich hinaus. Weißt du? Oft, man sieht eine Frau, denkst du, boah. Weißt du? Ja, genau, darauf will ich hinaus. Wenn ich eine Frau kennengelernt hab, dann bin ich, ich will nicht lügen, man lebt in Zeiten von Instagram, man lebt in, weißt du so, man ist, wenn man mit den Jungs irgendwie mal draußen war, ähm, ey Bro, 1 bis 10, weiß ich nicht, man hat schon so seine Tricks gehabt, ich will nicht lügen, aber generell, das ist nicht mal nur auf Frauen, sondern ich sehe Menschen anders, weißt du? Ich lerne, ich achte auf andere Sachen und ich hab mir über die Jahre, die ich blind bin, eine, würde ich sagen, gute Menschenkenntnis angeeignet, also oft, egal ob Frauen oder Männer oder egal was, wen man so kennenlernt, ich hab ein gutes Gespür für Falschheit, Bruder. Oder, weißt du? Und das ist ja im Endeffekt alles, worum es geht. Klar. Dass du einen Menschen irgendwie nicht, nicht lesen lernst, aber, dass du ihn einschätzen kannst. Richtig. Weißt du, weil wenn du die Leute nicht siehst, du siehst die Blicke nicht. Das heißt, du musst dein Radar anders ausrichten. Weißt du, wie, 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 worauf will die Person wirklich hinaus? Ja. Gerade wenn du, sag ich mal, auch Rapper bist oder irgendwie im, weißt du, was will die Person? Weißt du, oft war das schon so, dass wenn, was weiß ich, jemand ins Studio kam oder ich über dieses ganze Musikding oder irgendwie jemanden kennengelernt hab, dass ich zum Beispiel, weißt du, man redet dann ja irgendwie so mit seinen, ich weiß nicht, irgendwas gefällt mir nicht. Ich spüre irgendeine, ich spüre eine negative Energie. Äh. Und. Du nimmst auch so die Stimme und so an. Ich nehme die Stimme wahr. Und ich bin, das muss ich halt wirklich sagen, blind werden hat mich erst ein Jahr zum Einschlafen gebracht, so nach dem, also es hat mich, weißt du, so ausgenockt, aber es hat mich sehr wach werden lassen. Ich hab Gott sei Dank einen sehr wachen Geist. Weißt du, ich bin, weil mein Leben besteht ja aus Konzentration, aus merkfähig, also ich muss mir Sachen merken, wenn ich mich orientiere. Jetzt zum Beispiel, ich bin bei einem Freund hier in Berlin in der Wohnung, ich war da einmal für ein, zwei, zwei, drei Tage, ich laufe da, als wäre es meine Wohnung, weil ich hab mir alles, ich hab das alles in meinem Kopf. Ja, ja. Wie auch zum Beispiel meine Texte. Ich hab seit acht Jahren keinen Text geschrieben. Ich schreib alles im Kopf, weißt du. Das heißt, der liebe Gott hat mir, hat mir einen Sinn genommen, aber dafür die anderen viel, viel stärker ausgeprägt. Mein, 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 natürlich Geruchssinn und Hören tue ich ziemlich gut und so, weißt du, aber was für mich, so mein, mein, die Fähigkeit, mich lange viel zu konzentrieren und mir Sachen zu merken, das ist das, was mich so fit durchs Leben gehen lässt, wie ich's tue, weil anders würde es nicht funktionieren, weißt du. Ich hab das mal gesehen, da war so ein Fernsehsender bei einem kurdischen Sänger, der auch blind war, Bruder, ich kam, ich kam darauf nicht klar, Bruder, wie er so durch sein Haus gelaufen ist, hier Schublade aufgemacht hat, da ein Glas rausgenommen hat, sich ein Kaffee gemacht hat, rausgerannt ist quasi, weißt du, was ich meine? Und Bruder, einer, einer der krassesten Gitarrenspieler, also es gibt, es gibt viele, Bruder, die sind, die können sehen, aber spielen nicht so wie ihn, singen nicht so wie ihn, fühlen nicht so wie ihn, weißt du, was ich meine? Das Gefühl macht es aus. So, auch, ich hab das beobachtet, Bruder, auch wie er manchmal Gitarre gespielt hat. Ja. Ich spiele selber auch ein bisschen Gitarre, weißt du, was ich meine? Und Bruder, manchmal versuche ich wegzugucken, um so selber herauszufinden, finde ich die Töne auch so, wenn ich mal nicht hingucke, kann ich, aber Bruder, ich verspiele mich, aber der hat sich nie verspielt, nie, nie, es gibt keine Aufnahme, Bruder, der ist jetzt mittlerweile leider verstorben, aber der hat, glaube ich, 45 Jahre lang Musik gemacht, du hast nie gehört, dass er sich verspielt hat, Bruder. Ich sag mal, jeder verlässt sich auf seinen leichtesten Weg, das liegt im Menschen drin, Bruder, das heißt, du guckst und wenn du nicht guckst, dann, weißt du, fehlt dir was. Für ihn ist es normal, nur zu fühlen. So wie es für dich normal ist, zu gucken, ist es für ihn normal, zu fühlen. So wie zum Beispiel auch, wenn ich im Studio bin, für mich ist es normal, manchmal, der Beat läuft, ich sitze 10, 15 Minuten, ich sage, Jungs, mein 16er ist fertig. Ich sage, Digga, du saßt doch einfach nur. Du hast nicht mal dein Handy draußen gehabt. Ja, Bruder, was soll ich dir sagen? Also, ich weiß, was du meinst, oft sind Leute einfach, ich sage das ungerne so, weißt du, aber sind geschockt, wenn sie mich arbeiten sehen, weil es das wahrscheinlich im Deutschrap so nicht gibt und sie das halt auch nicht kennen, weißt du, weil ich schreibe das in meinem Kopf und das sitzt auch in meinem Kopf. Das heißt, ich gehe ans Mikrofon und rapp das einfach, ohne dass es irgendwo steht oder irgendwas und damit würde ich sagen, ein Sinn fällt weg, aber die anderen machen sehr viel möglich und viel, viel mehr möglich, als man denkt. Und das ist auch das, was ich den Leuten so ein bisschen, wie jetzt beispielsweise durch deine Plattform, sage ich jetzt mal, weißt du, deine Reichweite, die du mir gibst in diesem Moment. Oder gerne. Ich möchte auch den Leuten ein bisschen die Augen öffnen, weißt du, weil ich will, dass die Leute wissen und vielleicht sich auch ein bisschen inspirieren lassen. Du kannst blind sein, egal was du hast, ob du im Rollstuhl sitzt, egal welches Schicksal dich trifft. In erster Linie ist es ein Test und es liegt an dir, diesen Test, sage ich mal, zu bestehen oder zumindest das Beste daraus zu machen. Und das kann man nur mit natürlich Gottes Kraft, in erster Linie, aber auch viel durch kämpfen, Bruder. Man muss kämpfen, nur man selber hat ab diesem Moment, wo es uns überlassen ist, was wir daraus machen, nur wir selber haben die Kraft, das Beste daraus zu holen. Und das ist auch das, wo ich, ohne dass ich auf irgendwen mit dem Finger zeige und sage, du musst so, ich habe so und du musst jetzt so. Nein, mir geht es einfach darum, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, was sehr gut passt in diesem Zusammenhang und den Leuten ein bisschen zu sagen, guck mal, ich bin blind, aber ich bin abgebrüht. Weißt du, wie ich meine? Das ist so, ich lasse mich davon nicht unterkriegen und ich fighte und ich will den Leuten zeigen, es gibt gehandicapte Menschen, nenn es wie du willst, behindert, gehandicapt, die einfach verdammt fresh sind, sage ich jetzt einfach mal so. Und ich bin wirklich der Letzte, der irgendwie, weißt du, eingebildet oder irgendwas ist, sondern wenn ich das Selbstbewusstsein nicht hätte, dann würde ich jetzt auch nicht hier mit dir sitzen, sondern so, ich habe mich dazu entschieden, Rapper zu werden und meinen Weg über die Musik zu gehen und dieses Sprachrohr auch zu nutzen, um in erster Linie so Barrieren zu brechen, den Leuten ein bisschen diese Berührungsangst. Das ist das, womit ich sehr viel konfrontiert bin, Berührungsangst. Die Leute haben Angst. Da ist ein Blinder, oh, ich will das nicht fragen, ich darf das, ah, lieber so nicht. Weißt du, und ich habe mir angewöhnt, wenn ich in einen Raum komme, ich versuche von vornherein, ohne jetzt da irgendwie groß auf, dass ich da den Clown mache oder irgendwas, sondern ich versuche direkt mit meiner Präsenz und meinem Selbstvertrauen den Leuten zu zeigen, ey, den brauchst du nicht mit Samthandschuhen anfassen. Hast du safe? Hast du safe? Der ist cool, der ist locker, den kann ich fragen, was ich fragen will, der hat nicht, weißt du, lass, tu beiseite, ob ich blind bin oder nicht. Ich bin ein Mensch. Ja, Mann. Und der Einzige, was uns unterscheidet, ist nur, dass ich dich nicht sehe. Aber wen juckt es? Wenn es mich nicht juckt. Ja, ja. Also, hart gesagt jetzt, weißt du, aber was spielt es für eine Rolle? Bruder, so war das auch, wie vorhin schon gesagt. Digga, du standest hier, Bruder, es kam nicht so rüber, als wärst du blind, sag ich dir ehrlich, wie du da standest, wie du dich bewegt hast, wie du geredet hast. Und glaub mir, wenn wir zusammen unterwegs wären, du musst mal Nimo fragen, wir waren letztes Jahr, genau vor einem Jahr jetzt radikal, waren wir zusammen in einem Studio-Haus. Ja. Absolutes, richtige, Alter, wenn ich da wohnen würde, ich würde nie wieder ausziehen. Wirklich eine absolute Top-Villa, sozusagen. Drei Stockwerke, das ist das riesengroße Wohnzimmer, wir haben da Musik gemacht, weißt du? Ja. Und ich bin einmal mit meinem Bro Crisis da so durchgegangen, ich sag, guck mal, Bruder, du weißt, du kennst das System, wo ist was, okay, da ist die Treppe, da ist die Küche, da ist der Kamin, da ist der Tisch, nach zwei Tagen, nach anderthalb Tagen, ich bin durch dieses Haus gejumpt, als wäre es meine Wohnung. Ja, ja. Und Nimo sagt zu mir, Bruder, du bist doch krank, Alter, du bist doch crazy, weißt du, wie machst du das? Ja. Sag, Bruder, Alhamdulillah, der liebe Gott hat mir diese, 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 diese Sinne gegeben und mit denen gehe ich um und mit denen mache ich mein Ding. Ich lasse mich nicht abhalten von, von den Erwartungen von irgendwem, weißt du? Ich versuche, Erwartungen zu brechen und noch zu übertreffen. Bruder, ich bin übertrieben geflasht, ich schwöre, ehrlich, ne? Bruder, wenn ich mir manchmal so diese kleinen Pisser anhöre, die rumheulen, Alter, wegen ihren kleinen Pissproblemen, Bruder, allergrößten Respekt an dich, Alter, ich schwöre es dir unwitz, Bruder, echt riesen, riesen Respekt und auch maximale Grüße an den B-Nimo, dass er so krass für dich da ist, Bruder. Und das hat mich voll bewegt, Alter, wo du meinst, Nimo ist bei mir und er will für mich das Beste, es hat mich echt stolz gemacht. Cousin, ganz liebe Grüße an dich. Alle meine Jungs. In meinem nächsten YouTube-Video grüße ich dich. Geil, geil, er wird sich freuen. Wie gesagt, er feiert dich auch sehr. Und ich muss wirklich auch sagen, alle meine Jungs. Ich küssere jetzt. Ich glaube, meine Brüder hier in Berlin, meine Jungs in Frankfurt, Obdue, Ob Crisis, Ob Nimo. Ich bin sehr, sehr dankbar, mit diesen Menschen, mit denen ich bin, sein zu dürfen, weil wir geben uns gegenseitig viel, weißt du, ich glaube so auch, ich weiß sehr zu schätzen, was ich an den Jungs habe und ich glaube, die wissen auch bei mir, sie haben, wenn du mein Freund bist, ich bin wie eine Wand, ich bin wie eine Wand, weil ich schätze, ich weiß, was blind vertrauen heißt, mein Bruder. Und das ist nicht nur so dahergesagt, sondern ich vertraue meinen Jungs blind und die wissen, zu 1000% stehe ich für die einen mit allem, was ich an menschlicher oder egal welche Kraft ich aufbringen kann, stehe ich für meine Jungs. Und was ich aber auch sagen muss, ich verstehe 100%ig, was du meinst mit kleinen Jungs, mit kleinen Problemen, aber es ist immer schwierig, ich denke, jeder Mensch, für jeden sind Probleme relativ, weißt du, vielleicht, beispielsweise, für mich ist eine kleine Sache ein großes Problem, die für dich zum Beispiel eine Kleinigkeit wäre. Und andersrum kann es genauso sein, weißt du, jeder Mensch hat seine Erfahrungen, seine Schicksalsschläge oder seine Tiefen, seine Höhen, durch die er geht, so, deswegen, ich denke, ich will einfach nur mit gutem oder mit einem Beispiel vorangehen und zeigen, hey, Bro, es ist im ersten Moment schlimmer, als es am Ende des Tages vielleicht ist, weißt du, manchmal, man darf nicht, weißt du, wo ich 17 war, dachte ich, mein Leben ist zu Ende, wo ich Pan 20, dann Anfang 20 war, habe ich gedacht, mein Leben fängt neu an, wo ich Mitte 20 war, habe ich gemerkt, ey, vor sieben Jahren hast du gedacht, du willst dich umbringen, guck mal, was du, was du, was du geschenkt bekommen hast, Allah, für ein neues Leben, wie dich das stärker werden lassen hat, wie dich das gefestigt hat in deinem Charakter, in deinem Menschsein, weißt du, wie dich das einmal komplett auseinandergenommen hat, aber wieder neu zusammengesetzt und noch viel, viel stärker, als ich sonst jemals hätte werden können. Ich will nicht sagen, ich bin der Stärkste, sondern, weißt du, es hat mich einfach, ich weiß, so leicht bricht mich nichts mehr und diese Erfahrung gemacht zu haben und diese Lehre daraus gezogen zu haben, ist für mich, für mein weiteres Leben sehr, sehr, sehr wichtig, das heißt, alles hat einen Sinn am Ende, auch wenn man ihn am Anfang nicht immer erkennt, weißt du. Safe, safe. Und du bist Gott sei Dank, Gott sei Dank, Bruder, auch bei den richtigen Cousins gelandet, Gott sei Dank, das, weißt du, es hätte auch anders kommen können. Hundertprozentig. Hätte auch ganz anders kommen können. Hundertprozentig. Was ich, Bruder, ich liebe Menschen, die trotzdem bodenständig sind, weißt du, was ich meine? Und. Wer sind wir, dass wir abheben, Bruder? Ja, das ist es, weißt du, es gibt aber viele Menschen, die heben ab, Bruder, die heben einfach ab. Nein, nein. Ein paar Follower, Bruder, einen kleinen Erfolg und auf einmal sind die Bruder unerreichbar auf einmal. Ja, aber das auch immer nur, bis der Fall kommt. Weißt du, was ich meine? Hundertprozentig. Aber was bringen dir deine Follower, wenn jemand stirbt? Ja. Was bringen dir deine Follower, wenn trotzdem auf der Bank minus 20 Millilie steht? Ja, ja. Was bringt dir das? Ja, Bruder. Das sind Zahlen im Internet, Bruder, die vielleicht übermorgen, du interessierst keinen mehr. Ist so. Aber wer ist dann da? Wer ist dann da? Ist so. Schreib mal einem von deinem Followern, ey Bruder, leih mir mal bitte fünf Scheine. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß dir. Ja, schreib mal einem. Ja, ist so cool. Ich will euch damit nicht links, ihr wisst, was ich meine. Ja. Weißt du, es ist diese Internet und diese Zeiten, in der wir leben, die ist sehr schnell vergänglich. Weißt du, es ist, Follower sind, Bruder, jetzt, Beispiel Rap ist es, Bruder, letztes Jahr irgendwer, er war der Absolute. Dieses Jahr, seine Zahlen sind tot. Mhm. Das ist ein ständiger Kampf. Was macht das mit der Psyche? Ja. Was hält dich dann? Ich glaube nicht, dass das die Follower sind. Safe. Weißt du, mit Followern, du kannst vielleicht mal irgendwie ein Restaurant, ein bisschen Dings, weißt du, kannst mal umsonst essen. Weißt du, wie ich glaube, aber am Ende des Tages geht es um was anderes. Klar, wir jagen alle Erfolg, wir jagen alle Geld. Ist keine Frage. Jeder will irgendwie mit dem, was er macht, irgendwie Geld verdienen und erfolgreich sein. Das ist auch okay. Ja, klar. Aber du darfst das nicht größer werden lassen als dich und deinen Charakter. Weißt du, weil ich möchte lieber nach oben kommen und einen sauberen Weg gehen und dann meine Leute mitnehmen und gucken, ich habe einen sauberen Weg hingelegt, als eklig zu sein, weißt du, nach links und rechts zu treten. Weil man sagt nicht umsonst, wenn du oben bist, der Pfeil kommt irgendwann oder es geht wieder nach unten und dann triffst du die Leute wieder, die du auf dem Weg nach oben über, sag ich mal, an denen du vorbeigerast bist, weißt du, wie ich meine. Und dann kommt es drauf an, was für ein Mensch du warst, was für ein Mann du warst, ob du deinen Charakter behalten hast, ob du versucht hast zu helfen. Ich zum Beispiel, ich weiß jetzt, ich bin in einer Position bei Nemo, bei Moonboys, weißt du, wo vielleicht viele gerne wären. Aber ich gebe Liebe, ich gebe Liebe, wenn ich höre, jemand ist fresh, wenn ich höre, jemand macht geile Musik oder hat ein geiles Musik, ich gebe Liebe, Bruder. Gönn doch, ich spreche mir doch keinen Zacken aus der Krone. Weißt du, ich habe doch nichts zu verlieren dadurch, dass ich zu jemandem sage, ey Bro, du bist verdammt fresh, mach weiter. Ich wünsche dir nur das Beste. Bruder, lass uns connecten, lass uns ins Studio gehen, weißt du. So, und, weißt du, wir haben alle unsere Scheiße gebaut. Keiner ist perfekt. Klar, Bruder, niemand ist perfekt, Bruder. Aber, was zählt am Ende des Tages, weißt du? Das, was am Ende des Tages zählt, Bruder, ist, dass wir nachts ins Bett oder abends nachts ins Bett gehen, Bruder, und uns nicht unseren Kopf wicken müssen, weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Ist so, ja. Oder weil wir irgendwen abgerippt haben oder jemanden geflachst haben oder jemanden nur als Sprungbrett benutzt haben oder weißt du, das sind Sachen, nach denen ich versuche zu gehen, dass ich ins Bett gehen kann und mit einem so ruhigen Gewissen wie möglich schlafen kann, weißt du. Weil nur dann wird der Morgen wahrscheinlich auch gut. Ja. Bruder, ich bin übertrieben geflasht, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich schlöss dir. Oder vielen Dank. Bei Gott, ich schwöre, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kein Plan. Bruder, maximalen Respekt, Alter. Ohne Witz. Ich schwöre, sogar mich hast du motiviert. Korrekt, Bruder. Freut mich sehr. Ich schwöre, manchmal bin ich hier im Studio, frag Milio. Bruder, nach drei Storys, ich kriege Schweißausbrüche. Ich sage, ich kann nicht mehr. Ja, ich glaube, stimmt. Ich glaube, stimmt. Ich schwöre dir. Aber Bruder, es gibt immer, das ist ja auch Sinn und Zweck von meinem Content, weißt du. Ich weiß. Immer zu sagen, Bruder, komm, gib Gas, Digga. Da gibst du jemanden, denen geht es noch schlechter als dir. Schlimmer geht immer. Ich wollte es gerade sagen, ja. Weißt du, schlimmer geht immer, Bruder, so. Hundert Prozent. Hundert Prozent. Weißt du nicht, Bruder, ich verliere vielleicht mein Bein, aber andere Leute haben ihre ganze Familie verloren, Bruder. Zum Beispiel. Durch einen Bombenanschlag oder so. Weißt du, was ich meine? Aber für jeden, das ist das, was ich meinte. Ja, genau. Für jeden ist das, was ich gerade oder du für dich, das ist das Schlimmste gerade. Ja. Und man ist sich in dem Moment, wo der Schmerz oder diese Trauer oder was auch immer so präsent ist. Man ist sich dessen oft nicht bewusst. Ey, es gibt Leute, die haben es viel schlimmer. Ja. Aber das ist auch nicht immer, weißt du, zu sagen, anderen geht es schlimmer, hilft auch nicht immer. Was ein Reimer. Weißt du. Ja, ja. So. Das hilft nicht immer. Das heißt, man muss irgendwie versuchen, in sich selber sich zu festigen und zu sagen, ey, Bruder. Es geht weiter. Natürlich, man muss sich selber erstmal im Klaren sein oder im Kopf akzeptieren, dass es einfach nicht der richtige Weg ist und so. Weißt du, was ich meine? Und deine Worte vorne, wo du gesagt hast, wenn ich mich umbringe und meine Mutter jeden Tag zum Friedhof laufen muss, weil du egoistisch warst, Bruder. Das sage ich auch immer wieder in den Storys. Man darf echt nicht egoistisch sein, Digga. Das ist Katastrophe, Bruder, vor allem Mama. In den schlimmsten Phasen für einen selber nicht, aber auch generell nicht. Ja. Weißt du. Ja. Weil, wenn man da nochmal nimmt, weißt du, ich hätte keinen Spaß daran, alleine mein Ding durchzuziehen. Ich liebe es, mit meinen Jungs zu sein. Ich liebe es, zu teilen. Ich liebe es, Erfolge zu teilen oder Freude oder, weißt du, lachen. Nennen wir es so, scheiß auf Erfolg, scheiß auf Geld, lachen. Ja. Aber wir hatten Bock, alleine zu sitzen und zu lachen. Aber wenn ich mit meinem Brüß sitze und mich totlache, was gibt es denn Besseres? Egal, ob wir Fame sind oder Geld haben oder wen juckt denn das? Ja, ist so. Aber wenn ich mit meinen Jungs sitze, dann bin ich nicht Fokus. Ja. Weißt du, dann bin ich ganz normal ich als Privatperson, Bruder. Ja, ja, ja. Und, und. Ich kenn das, Bruder, ja. Wenn ich auch mit meinen Cousins sitze, mit meinen Brüß sitze, wie du sagst, dann bin nicht einfach nur Side und nicht Side der YouTuber, weißt du, wie ich meine. Natürlich ist das ein schönes Gefühl, wenn du draußen unterwegs bist, erkannt wirst, man will ein Foto mit dir. Es ist natürlich, das macht mich unheimlich stolz, sowas, wenn so junge, junge Leute kommen und das feiern, Bruder, weißt du, was ich meine? Aber ich weiß, was du meinst, Bruder, wenn du mit deinen Brüß einfach sitzt. Das ist die Wirklichkeit. Genau. Das ist so das wahre Leben. Das ist nicht Social Media und so, weißt du, wie ich meine. Weil ich will das gar nicht, das soll gar nicht so klingen, als würde man das nicht schätzen, weißt du, wenn jetzt beispielsweise Leute feiern ein oder schreiben einem Bruder. Doch, das ist wunderschön, Bruder, das ist schön. Wir lieben das, weil sonst würden wir es nicht machen, Bruder. Sonst würden wir ja beide sitzen mit Maske, weißt du, aber am Ende des Tages, wie gesagt, Bruder, das beste Beispiel ist nachts, allein im Bett, da ist keiner von diesen Leuten. Ja. Was machst du mit dir selber? Also was machst du mit dir selber aus? Bist du mit deinen Jungs korrekt gewesen? Bist du zu deinen Eltern gerade gewesen, weißt du? Und ich finde, da sollte man immer, weißt du, da sollte man immer dankbar sein, in erster Linie, für diese Chance, die man bekommt, weißt du? Oft sagen Leute zu mir, oder man sagt ja generell, Gesundheit ist das Wichtigste. Und ich weiß, die Leute denken dann, ah, der Arme ist ja nicht gesund, aber nein, Bruder, ich bin gesund. Ich bin gesund, weißt du? Für mich, in meiner Welt bin ich gesund. Weil ich kann alles machen. Ich kann mich frei bewegen. Ich fahre alleine nach Berlin, ich wohne alleine. Alter, Bruder, wenn ich dir aufzählen würde, was ich alles mache oder gemacht habe, du würdest es mir nicht glauben, weißt du? Weil ich gemerkt habe, ich habe es selber in der Hand, ich habe es selber in der Hand, was ich aus mir mache. Natürlich, mein Schicksal ist geschrieben, aber ich versuche mein Bestes dafür zu tun, dass es einen guten Verlauf nimmt, weil das ist das Einzige, was mir am Ende übrig bleibt. So, in Trauer zu versinken oder, weißt du, nur zu Hause zu sitzen und das Leben aufzugeben, ist nicht der Sinn dieser Welt, in der wir leben, weißt du? Auf gar keinen Fall, Bruder. Bruder, danke für deine motivierenden Worte. Ich danke dir. Bruder, danke, dass du da warst, das ist mir eine riesen, riesen Ehre. Ehrlich, ich war sowieso schon die ganze Zeit gespannt auf das Gespräch, aber es hat wirklich alles gesprengt und übertroffen, sage ich dir ehrlich, Bruder. Vielen, vielen Dank. Und auch deine Stärke, Bruder, auch deine Aura, wie du hier sitzt und redest. Danke, Bruder. Du hast sogar mich motiviert, Bruder, du bist Motivationstrainer-Cousin. Sag ich dir ehrlich, ich schwöre dir, ich schwöre dir ehrlich, ich schwöre dir, ehrlich, ohne Witz. Es gibt auch Dinge manchmal, da beklage ich mich, weißt du, ich sitze jedes Mal vor der Kamera und erzähle Geschichten und hab immer eine Message, Bruder, aber sobald die Kamera rausgeht, Bruder, fick ich auch manchmal in meinen Kopf mit irgendwelchen Dingen, weißt du, sehr normal, ich bin ja auch nur ein Mensch, weißt du, was ich meine? Bruder, ich doch auch, weißt du, ich fack mich doch auch manchmal, aber das läuft nicht, das läuft noch nicht, aber, Bruder, Gott sei Dank, Gott sei Dank, wir lassen uns davon nicht unterkriegen und das ist ja das, worum es geht. Es ist ja kein Fehler, mal zu scheitern oder mit der Situation nicht zufrieden zu sein oder sich zu beschweren, aber die Frage ist, was kommt danach? Achso. Das ist es. Ja, Cousin. Ich danke dir sehr. Bruder, ich danke dir, ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank, mein Bruder. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ganz lafte Brüfe aus Allah. Euch auch vielen, vielen Dank, wirklich für eure Aufmerksamkeit. Ich werde auf jeden Fall, danke Cousin, ich werde auf jeden Fall den Brü hier in die Videobeschreibung ballern, TikTok, Insta und auch, vergiss nicht mir den Link zu schicken von deinem. Ich schicke dir alles, was ich habe. Schicke alles, was du hast, Cousin. Ja, Bruder, das war es erstmal und auch ganz liebe Grüße an die ganzen Brüfe aus Frankfurt und Bruder, einen riesen, riesen großen Dank. Vielen, vielen Dank. Das war es, Cousins, einen wunderschönen Abend noch. Folgt mir, mein Bramilio und meinen Cousin Foxy. Ich küsse eure Herzen und mach's gut, Cousins. Bis dann, ciao.